Udo, das hätten wir auch noch hingekriegt. Entschuldigung, das ist mit mir durchgegangen. Ich würde sagen, ich soll gehen, ich weiß es nicht. Nein, absolut. Aber erstmal vielen, vielen Dank an die Kollegen von Romance & Dance. Eine wunderschönliche Formel. Vielen, vielen Dank. Grazie, grazie. Freut mich wiederkommen. Ja, wir haben Professionalität gehabt, Provision gehört, Premium, alles inklusive. Udo, was fehlt noch? Ja, eigentlich fehlt nur noch das richtige Wort für uns hier, für den Vertrieb, für die Reisebüros. Und zwar das Wort Partnerschaft. Das wollen wir nochmal richtig hier mit aufnehmen als Thema. Und wer kann uns besser dabei helfen, als natürlich Miss Dirk? Ja, ich gucke wieder mal da unten rein, das dauert noch ein bisschen, Udo. Echt? Ja, das Thema Partnerschaft, das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir beiden stehen schon seit sechs Jahren immer auf den Bühnen. Viele, viele von Ihnen kennen uns. Unsere Mailadresse ist auch nicht wirklich ein Geheimnis. Der Name plus tuicruises.com. Und Sie würden uns alle riesig helfen, wenn Sie, bevor in Foren irgendwas hochgeht, wir nennen es immer Shitstorm, Sie uns kontaktieren und sagen, Jungs, ist da wirklich was dran? Ich glaube, in den ganzen letzten Jahren können Sie uns eigentlich nichts vorwerfen. Wir zahlen die Provision, wir sind faire Partner und leben das Thema Partnerschaft. Das reklamieren wir jedenfalls für uns und ich hoffe auch, dass Sie das fühlen. Meine E-Mail-Adresse, hans.meier.tuicruises.com. Postfach ist voll. Postfach ist voll. Bin nicht zu erreichen. Nein, das ist genau das, was eben Michael Bahnhoff sagt. Also, was wir da in Vor- und Teilweise lesen, auch über andere Veranstalter, unglaublich. Also, man kennt uns, wir haben einen tollen Außendienst da draußen, der wirklich jedes Reisewo besucht. Und man kennt die Leute. Generell, Inside CLC Support, ich will da alles gar nicht sagen, die Presse.